Hallo ihr Lieben, Chris Naimschemeyer, Partner, Beziehungscoach und so weiter und heute mal schwieriges Thema. Wollt ihr eigentlich schon mal was drüber machen? Ich hoffe, ich bringe das jetzt so richtig rüber. Es geht um dieses Thema, dass man so den Datingmarkt als ungerecht empfindet und sich da vielleicht drüber aufregt, also dass man vielleicht sich drüber aufregt, warum wollen Männer nicht Sohn zu Frauen daten? Also scheinbar, ob das so stimmt, da geht es ja schon los. Oder Männer regen sich auf, warum wollen Frauen Männer daten, die einen hohen Status haben? Ich weiß es nicht. Du kannst jetzt beliebige Sachen da einsetzen und man regt sich drüber auf und es hat auch oft so, ich sehe das auch häufig in Kommentaren, es hat dann sowas von, das sollte doch anders sein. Wobei man immer dann von anderen erwartet, also die Menschen, die man datet, die sollen angefälligst anders sehen, aber man selber ist häufig, man selber wird es aber auch nicht machen. Wenn man selber jemand sagen würde, so den musst du jetzt daten, das ist doch ein netter Kerl, du findest den aber einfach todlangweilig und der kickt dich überhaupt nicht, da würdest du ja auch nicht sagen, ich muss den jetzt daten, nur weil, damit der auch mal eine Chance kriegt, so ungefähr, das würdest du ja auch, würde man für sich selber auch komplett ablehnen. Aber man wünscht sich immer, dass, ja, dass es irgendwie, weiß ich nicht, gleichmäßiger laufen würde, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben auf dem Datingmarkt. Das ist aber nicht so. Also die Welt ist nicht so und also auf einer Ebene des Faktischen ist es nicht so. Es kann sein, also die Schleife sparen wir uns vielleicht heute mal, kann sein, dass auf einer spirituellen Ebene schon so ist, dass wir alle letztlich mit den gleichen Chancen hier hinkommen und zumindest, wenn man jetzt so daran glaubt, dass man noch öfter auf die Erde kommt, ja, dass wir letztlich alle mit einem gleichen Punkt anfangen und alle eine unterschiedliche Reise haben und letztlich also die gleichen Chancen haben und man, aber gut, da sparen wir uns jetzt heute mal, weil auf der Ebene des Faktischen ist der Datingmarkt nicht gerecht, so, ne. Er ist sogar, es gibt da so einen Koeffizienten der Ungerechtigkeit, der ist eigentlich für Einkommensverteilung gemacht worden, also Ungerechtigkeit von Einkommensverteilungen und, ja, der Datingmarkt hat diesen Genie-Koeffizienten von der Einkommensverteilung von Venezuela, ne. Also sehr ungerecht, ne. Wenige Menschen räumen komplett ab und viele Menschen haben schwer, so, ne. Und das ist ja auch nicht nur bei Menschen so. Bei Menschen ist es sogar noch sehr gemäßigt, weil die Zahlen so sagen, dass sich letzten Endes, äh, pflanzen sich, äh, was war das, ich glaube, so 70 bis 80 Prozent oder so um den Dreh, pflanzen sich fort, haben Kinder, äh, und Männer wie Frauen übrigens auch so. Also letztlich finden ja scheinbar, viele wollen ja auch gar keine, also finden letztlich die meisten ja doch irgendwann jemand und so krass ist es ja dann auch nicht so, ne. Es ist ja nicht so wie bei, ich bin jetzt kein Biologe, aber ich glaube so bei Orangutas oder Elefanten, dass, äh, so, so der Leitbulle kriegt alle und die anderen keine. So ist es ja nicht, ne, bei uns Menschen so, ne. Und, ähm, und das ist so und ich kann mich ja jetzt den ganzen Tag darüber aufregen und politische Petitionen schreiben, dass doch bitte schön Männer, äh, andere Datingpräferenzen haben sollten oder Frauen andere Datingpräferenzen haben sollten. Das wird aber nicht passieren. Das wird nicht passieren. Du kannst dich den ganzen Tag drüber aufregen oder du spielst das Spiel mit. So, ne. Das ist immer, also mein Anliegen ist ja immer wieder zu versuchen, sich eine bessere, bessere Version der Wirklichkeit zu erschaffen, als man sie bisher hatte. Ich würde zwar gar nicht sagen, dass du dir die bisherige komplett erschaffen hast, ähm, aber trotzdem, also immer wieder an dem Punkt, wo du jetzt stehst, zu sagen, okay, hier ist jetzt ein Cut, hier ist jetzt ein Punkt, was kann ich in Zukunft besser machen? Das hat mir nicht gefallen. Was kann ich in Zukunft besser machen? Dafür habe ich auch diese Datingkurse, so, ne. Und ich kann immer wieder raten, wirklich aus diesem Punkt, die Welt ist schlecht und Dating ist schlecht und Männer sind schlecht und Frauen sind schlecht und, ähm, sollte alles anders sein, äh, da rauszukommen und zu sagen, hey, da wo ich jetzt stehe, weil auch anderen Menschen passieren scheiß Sachen, äh, die kriegen Krankheiten und ich weiß nicht was, da muss man auch sehen, wie man damit klarkommt, immer wieder zu gucken, was mache ich jetzt mit dem und wie kann ich das, was ich jetzt habe, weil jeder hat was, wie kann ich das optimieren und optimal ausspielen und damit meinen Erfolg verbessern auf dem Datingmarkt so, ne, und auch mal gucken, sehe ich das nicht alles viel zu negativ, weil letztlich finden ja doch viele Menschen dann irgendwann jemand, ähm, und immer wieder zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht und wie kann ich mein Potenzial wirklich optimieren, das ist meine Mission zum Beispiel, ne, und nicht, und das wird dich null weiterbringen, wenn du sagst, ja, warum, ja, warum sind Männer mit Bart so unglaublich attraktiv und ich habe aber keinen, ne, Spaß, äh, ja, lass dir einen wachsen irgendwie so, ne, oder, äh, weiß ich nicht, ich investiere neue Kleidung, mach mir Sport oder, äh, hab ein anderes Datinggame, ne, das ist, äh, da sind auch, sind auch so viele Sachen wirklich falsch, ich habe für mein Buch so viel Studien gelesen, für mein neues zum Beispiel, dass, ähm, Frauen, die, wie man heute sagt, mehrgewichtig sind, dass die weniger Chancen auf dem Datingmarkt haben, stimmt, stimmt nicht, ist, kann die Forschung nicht belegen, für Männer ist das so, für Männer ist es so, für Frauen nicht, so, ne, die finden genauso viel so, ne, also das war eine sehr gerade Kurve, da könnt ihr alles mal im neuen Buch nachlesen und also auch wirklich zu gucken, habe ich da nicht vielleicht sogar Glaubenssätze, mit denen ich meine Chancen auf dem Datingmarkt komplett unterschätze auch, womöglich sogar, ne, also, dass wirklich so viel macht man sich kaputt durch schlechte Glaubenssätze und auch so eine gewisse, das ist immer ein hartes Wort, aber sag mal so eine gewisse Opfermentalität, ne, das hat ja alles sowieso kein Zirk, ich kann eh nichts machen, ja, erschafft man sich das auch immer wieder, dass du keine neuen Erfahrungen machen kannst und ich weiß, das ist schwierig, gerade wenn man sich bestimmte Überzeugungen schon mal Jahrzehnte gebildet haben, es ist schwierig, aber du kannst immer wieder bei Null anfangen, immer wieder, aber es ist nicht leicht, das ist für mich auch nicht leicht und, ähm, also, es gilt natürlich auch für andere Sachen auch, auch für Jobbereiche und was weiß ich, geht auch nicht im Grunde genommen als Cloud und genau das Gleiche, also, verarsch dich nicht selber mit, äh, du hast keine Chance, fühle ich, es gibt Menschen, weiß ich nicht, wenn du von oben bis unten im Gips eingepackt im Krankenhaus liest, hast du vielleicht gerade nicht so viel Datingchancen, also, es gibt natürlich Szenarien, wo es objektiv wirklich, äh, mal um andere Sachen geht im Leben als um Dating, aber ganz oft, ähm, ja, unterschätzt man das, was zumindest langfristig möglich ist und wie du wirklich dein Leben immer wieder drehen kannst, ne, also, hoffe, dass es ein bisschen rübergekommen, schreibt mal was in die Kommentare und, ähm, ist ja immer noch so, dass, äh, 50%, was total in Ordnung ist, meine Videos gucken, ohne auf den Abo-Button zu klicken, das ist nur immer für den Algorithmus ein bisschen blöd, also, drück doch einfach mal drauf, es tut nicht weh und, äh, freue mich sehr, sehr drüber und lass vielleicht auch ein Like da, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.